Was gibt es Besseres als frisches Brot zum Frühstück? In Weiz sorgt seit über 50 Jahren die Bäckerei Teng für diesen morgendlichen Hochgenuss. Mit Liebe zum Handwerk und hohem Können werden in der Meisterbäckerei über 40 verschiedene Brotsorten und Backwaren, wie zum Beispiel das bekannte Weizerbrot, hergestellt. Dass dabei nur hochwertige, ausgesuchte Rohstoffe zu frischen Teigwaren verbacken werden, ist für Bäckermeister Franz Teng eine Selbstverständlichkeit. Die Köstlichkeiten aus der Traditionsbackstube können Sie entweder in den beiden Geschäften in Weiz, im ausgewählten Lebensmittelhandel oder auf dem Franz-Josef-Platz in Graz erstehen. Überzeugen Sie sich von der ausgezeichneten Qualität der leckeren Backwaren. Ein besonderer Service für Geschäfts- und Großkunden ist der praktische Zustelldienst. Der Brot und Gebäck direkt zu Ihnen bringt. Bäckerei Teng, weil nur die Frische zählt. Mehr auf www.tenkbag.com